Der erste Schritt, den wir jetzt gehen, nachdem wir die Gleichungen aufgestellt haben, ist, dass wir das Gleichgewicht des Keynesianischen Wachstumsmodells charakterisieren bzw. die Gleichgewichtswerte herleiten. Das ist jetzt in diesem Fall tatsächlich ausnahmsweise nicht so schwer. Wir nehmen als Ausgangspunkt hier diese drei Gleichungen, zum einen für das Sparverhalten der Kapitalistinnen, die Investitionsgleichungen für die Entrepreneure und die Gleichgewichtsbedingungen für das Sparen und Investieren. Und diese drei Gleichungen können wir verwenden, um einen Gleichgewichtswert für die Profitrate herzuleiten. Ihr könnt es ja mal selber versuchen und ansonsten aber auch euch sozusagen die Lösung im Anhang anschauen bzw. die ich extra hochgeladen habe. Wir bekommen dann diesen Wert für die Gleichgewichtsprofitrate heraus. Vielleicht wird sich der eine oder die andere wundern, dass dieser Ausdruck hier, der sieht potenziell gefährlich aus. Denn was würde bedeuten, wenn dieser Ausdruck hier negativ wäre, also wenn hier die Animal Spirits sozusagen zu groß wären im Vergleich zur Sparneigung, dann würden wir ja insgesamt eine negative Profitrate bekommen. Denn hier oben dieser Ausdruck, der ist auf jeden Fall größer 0, ist klar, per Definitionen, also aufgrund von der Definition von Beta und Delta. Aber hier unten dieser Ausdruck, der kann potenziell negativ werden. Das bedeutet also, dass wir nur dann positive Profitraten haben, wenn tatsächlich hier Beta größer als Äther ist. Da kommen wir später nochmal drauf. Das ist nicht gut, wenn das so ist, logischerweise. Aber da werden wir später nochmal zurückkommen. Das hat nämlich tatsächlich auch eine relativ wichtige Dogmenhistorische Bedeutung. In dem Moment jetzt aber, wo wir hier unsere Gleichgewichtsprofitrate raus haben, können wir die Gleichgewichtswerte der anderen endogenen Variablen tatsächlich auch relativ einfach bestimmen. Wenn wir die Gleichgewichtsrate für die Auslastungsquote oder für die Auslastung bestimmen wollen, da nehmen wir einfach hier unseren Ausdruck für die Profitrate. Und wir machen uns zunutze, dass wir hier für die Profitrate folgenden Ausdruck ja vorher hergeleitet haben. Der Standard-Ausdruck ist ja quasi dieser Teil hier, aber weil wir eben eine neue endogene Variable, Capacity Utilization, eingefügt haben, haben wir hier auch noch das U in der Gleichung. Dieser Wert ist dann einfach der folgende. Den bekommen wir, indem wir hier aus dem V-Stern, das ersetzen wir einfach durch diesen Ausdruck hier. Ansonsten ist das da oben quasi das Gleiche. Und wir können dann einfach hier diesen Teil, also das Pi und das Rho, das können wir dann einfach sozusagen hier runterziehen, beziehungsweise das haben wir dann hier unten. Und dann sehen wir, dass dieser Teil hier ist absolut der gleiche wie hier vorne. Und Gleiches gilt auch für diesen Teil. Das heißt, diese Umfrage, Umformung ist relativ einfach. Der Gleichgewichtslohn ergibt sich noch einfacher, weil dem brauchen wir nämlich einfach nur die Modellgleichungen verwenden und die entsprechenden Werte einsetzen. Und im nächsten Schritt kommen wir dann zum Kapitalwachstum. Auch das ist in dem Sinne recht einfach, weil wir hier einfach dann die Gleichung direkt aus dem Modell rausnehmen, brauchen wir nur einsetzen. Das Einzige, was, wobei auch das nicht wirklich tricky ist, ist in dem Sinne, ist der Konsum. Auch für den Konsum können wir direkt die Gleichung übernehmen und wir setzen hier einfach die Gleichgewichtswerte, die wir haben, ein beziehungsweise verwenden eben die exogenen Variablen. Das heißt, es ist relativ einfach hier in dem Keynesianischen Modell die Gleichgewichtswerte bestimmen. Und was wir jetzt machen können, ist, wo wir das Gleichgewicht haben, wir können uns überlegen, ob dieses Gleichgewicht stabil ist. Und die Stabilität ist in dem Sinne zentral, denn erinnern wir uns, ein zentraler Kritikpunkt von Solo an den damals bestehenden Keynesianischen Modellen von Herod Domar etc. war, dass die unter normalen Bedingungen keine stabilen Wachstumspfade angeben und sein Modell, das Solo-Wachstumsmodell, war ja sozusagen eine Antwort auf dieses Problem. Das heißt, die Stabilität war damals auch etwas, oder ist einfach etwas, was man haben möchte für die Wachstumspfade in dem Modell. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken, wie die Stabilitätsbedingungen in dem Keynesianischen Modell jetzt hier aussehen. Ich habe das gerade schon angedeutet, schon diese Gleichung hier für die Profitrate deutet darauf hin, dass die Sparquote der Kapitalistin größer sein sollte als die Animal Spirits von den EntrepreneurInnen. Um das Ganze nochmal grafisch zu veranschaulichen, auch das Gleichgewicht und dann letztendlich auch die Stabilitätsanalyse durchzutun, wollen wir im Folgenden die Investmentgleichung und die Cambridge-Gleichung abbilden. Nur zur Erinnerung, Investmentgleichung, wie gesagt, der Teil, der beschreibt, wie viel die EntrepreneurInnen investieren wollen. Cambridge-Gleichung, um zu wissen, wie viel die KapitalistInnen sparen wollen. Dazu nehmen wir hier wieder das uns bekannte Diagramm, wo wir auf der einen Seite hier die Wachstum des Kapitalstocks auf der Y-Achse und die Profitrate auf der X-Achse haben. Wenn wir die Investmentfunktion abbilden, dann sehen wir hier, dass wir eine Kurve mit der Steigung hier mit dem Ether haben und darüber hinaus können wir hier dann auch noch die Cambridge-Gleichung rein eingeben. Die Cambridge-Gleichung folgendermaßen hier gegeben, wenn wir hier für das V ein, für V0 einsetzen, bleiben wir mit diesem Teil hier übrig. Das ist dann letztendlich hier unten auch der Schnittpunkt mit der Y-Achse und wir sehen, dass für den Fall, wenn die Steigung hier der Cambridge-Gleichung größer ist als die Steigung der Investmentgleichung, dann ist ganz klar, dass wir hier einen Schnittpunkt haben. Warum? Weil wir hier diesen Wert, also mit diesem Wert starten, also das ist quasi der Achsenabschnitt auf der Y-Achse, den haben wir definitiv gegeben bei der Cambridge-Gleichung und wenn der unterhalb der Investitionsgleichung liegt und wir gleichzeitig hier eine höhere Steigung haben, dann ist definitiv klar, dass es irgendwo einen Schnittpunkt geben wird. Sprich, wir haben in diesem Fall dann hier unser Gleichgewicht und das ist eindeutig, wenn eben Beta größer als Ether ist. Dann stellt sich jetzt die Frage, unter dieser Bedingung, wenn das erfüllt ist, ist dieses Gleichgewicht stabil. Dadurch können wir uns jetzt intuitiv überlegen, was passiert, wenn wir uns außerhalb des Gleichgewichts befinden. Also was wäre zum Beispiel der Fall, wenn wir uns hier auf einer, in der Situation hier befinden würden, wo die Profitquote geringer ist als das Gleichgewicht in diesem Falle. Was wäre dann? Dann würden die, dann sehen wir hier, dass die Investitionskurve über der Sparkurve liegt. Das heißt, die Kapitalistinnen würden zu wenig sparen im Verhältnis zu dem, was die Kapitalistinnen, was die Intreprenörinnen investieren wollen. Das heißt, wir haben es hier mit Exzessinvestitionen zu tun und das bedeutet, dass Exzessinvestitionen, die Auslastung der Ökonomie steigt. Wenn die Auslastung der Ökonomie steigt, dann ergibt sich daraus aus den Gleichungen, die wir vorher bereits gesehen haben, also aus den Modellgleichungen, ergibt sich unmittelbar, dass eben daraus dann auch die Profitquote steigen muss. Und demzufolge ist in der Situation, wenn wir uns hier unten befinden würden, würden wir uns hin zum Gleichgewicht bewegen. Umgedreht, was passiert, wenn die Situation ist, wenn die Profitrate zu hoch ist, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel an diesem Punkt hier befinden würden. In dem Fall würden die Kapitalistinnen hier zu viel sparen, als im Verhältnis dazu, was die Entrepreneuren investieren wollen. Das heißt, wir haben es jetzt hier in dem Fall mit einer Unterinvestition zu tun. In dem Fall würde dann eben die Auslastung sinken und dementsprechend auch die Profitrate ebenfalls sinken. Das heißt, wir würden uns hier dann nach unten bewegen und in diesem Fall hier hätten wir es dann mit einem stabilen Gleichgewicht zu tun. Was wäre der Fall, wenn dieser Punkt hier nicht erfüllt ist? Also stellen wir uns zum Beispiel vor, die Steigungen hier wären so, dass wir es hier nicht mit diesen Kurven zu tun haben, sondern dass wir es hier mit zwei parallelen Kurven zu tun haben. Dann in diesem Falle bekommen wir es mit Problemen zu tun. Wir können das Problem lösen, wenn wir hier an dem Intercept bei der Investmentfunktion umspielen. Man kann das Modell also dementsprechend adaptieren, geht allerdings mit anderen Problemen einher und genau deswegen spricht man von dieser Bedingung hier, dass die Sparneigung der Kapitalistinnen größer ist als die Animal Spirits von der keynesianischen Stabilitätsbedingung. Ohne diese Stabilitätsbedingungen ist es sehr, sehr schwierig, hier ein Stabilitätsresultat zu bekommen. In der Regel allgemein gesprochen gibt es dann kein stabiles Gleichgewicht mehr und das erinnert uns so ein bisschen an Solos Kritik am Herod-Domar-Modell. Er hat ja wie gesagt sein Wachstumsmodell damit auch begründet im Vergleich zum Herod-Domar-Modell, dass es diese Instabilitätsproblematik nicht hat. Unter dieser Bedingung, dass die keynesianische Stabilitätsbedingung erfüllt ist, haben wir allerdings hier ein stabiles Gleichgewicht und was wir jetzt im Folgenden machen wollen, ist, wir wollen die Eigenschaften beziehungsweise die Implikationen des Modells noch ein bisschen genauer angucken, wie sich nämlich das Gleichgewicht verändert, wenn wir an bestimmten Parametern rumspielen, denn da wird es richtig interessant. Da sind nämlich die Ergebnisse beim keynesianischen Modell teilweise sehr unterschiedlich zu dem, was wir bislang kennengelernt haben. So, dann kommen wir zu den zentralen Ergebnissen des keynesianischen Wachstumsmodells und hier muss man sagen, dass aufgrund seines speziellen Fokuses auf die Nachfrageseite sich die Implikationen teilweise fundamental von dem unterscheiden, was wir aus den klassischen und neoklassischen Modellen kennen und wir werden jetzt auch gleich sehen, dass das mit Sicherheit auch eine Ursache für wirtschaftspolitische Kontroversen zwischen Anhängern der jeweiligen Paradigmen gibt. Wir wollen hier auf drei zentrale Eigenschaften und Ergebnisse eingehen. Das eine ist das sogenannte Sparparadoxon, das Kostenparadoxon und das definitiv das mit dem coolsten Namen, der Widowscruise beziehungsweise der Krug der armen Witwe. Ja, voll, ihr habt euch jetzt überlegt, wer jetzt den Teufel nennt so ein, nennt ein Ergebnis, einen Krug der einer armen Witwe, ja, der Name geht auf eine Bibelgeschichte zurück, die John Maynard Keynes damals als Referenz angeführt hat, als er das Ergebnis eingeführt hat. In der Bibelgeschichte geht es darum, dass der Ölkrug einer Dame immer wieder aufgefüllt wird. Wir werden dann gleich bei den Ergebnissen sehen, warum das zu diesem Ergebnis passt. Aber starten wir mal mit dem etwas klareren Sparparadoxon. Im Sparparadoxon geht es, gehen wir von der Situation aus, wo die Sparquote steigt, aus irgendwelchen Gründen. Also wir haben hier unsere Investitionsfunktion, die angibt, wie viel eben die, für jede gegebene Profitrate, was quasi das gewünschte Investment der Entrepreneurinnen ist. Und wir haben hier unsere Cambridge-Gleichung, die uns eben angibt, wie viel von den Kapitalistinnen gespart wird. Und es ergibt sich dann hier an dem Schnittpunkt eben das Gleichgewicht, woraus wir dann eben ablesen können, was letztendlich auch die Gleichgewichts-Profitrate ist. Und der Ausgangspunkt der Überlegung des Sparparadoxons ist, was passiert, wenn die Sparquote von Beta auf Beta' steigt. Wie würden wir das hier in dieser Darstellung wiedergeben? Wenn Beta auf Beta' steigt, dann wird hier das Beta größer. Das heißt, wir haben es insgesamt, beziehungsweise, Quatsch, was habe ich gesagt? Wenn wir uns jetzt hier angucken, was passiert, wenn das Beta steigt, wenn dieses Element hier größer wird, dann verschiebt sich insgesamt die Funktion, beziehungsweise die Kurve hier nach oben. Das bedeutet, in diesem Fall bekommen wir ein neues Gleichgewicht und dieses neue Gleichgewicht liegt hier etwas überraschenderweise nach links. Wenn sich jetzt, wenn jetzt alles andere parallel gleich bleibt, also insbesondere hier die Animal Spirits sich nicht verändern, dann bekommen wir folgendes Ergebnis. Etwas überraschend, eine neue Profitrate, die geringer ist als vorher, und eine niedrigere Wachstumsrate als bevor er spricht. Ein Anstieg der Sparquote führt in diesem Fall zu einem geringeren Wachstum auf dieser Seite hier. Wir sehen hier, dass es mit geringeren Profiten einhergeht und wir können auch zeigen, dass es mit einer geringeren Auslastung einhergeht. Was ist quasi der Hintergrund zwischen diesem Ergebnis? Und das hat natürlich mit der besonderen Struktur des kentianischen Modells zu tun. Das geht über die geringere Nachfrage nach Konsumgütern. Wenn die Sparquote steigt, wird mehr gespart von den Kapitalisten, es wird weniger konsumiert und das wiederum hat dann eben negative Implikationen auf die Wirtschaft, wenn wir, weil wir eben, also unter den Umständen, dass die Wirtschaft nicht bei vollständiger Auslastung operiert. Und das ist ein ganz anderes Ergebnis als das, was wir bei den klassischen oder neoklassischen Wachstumsmodellen bekommen haben. In den klassischen Modellen war es ganz klar, dass eine erhöhte Sparquote zu mehr Wachstum führt. Und im neoklassischen Setting hatten wir zumindest mal mehr Wachstum in der kurzen Frist. Hier ist es jetzt aber so, dass die Investmententscheidung erstmal unabhängig von den Sparenscheidungen getroffen wird. Das heißt, wir haben aufgrund des Auseinanderfallens von Investitions- und Sparenscheidungen einen Nachfrageeffekt auf die Auslastung. Und daraus wiederum ergibt sich dann diese Negativspirale, die dazu führt, dass insgesamt die Profite sinken und eben auch dementsprechend das Wachstum. Bedeutet in der Praxis, dass jetzt der Keynesianer skeptisch ist gegenüber Argumenten, dass die Sparquote zum Beispiel erhöht werden sollte, um das langfristige Wachstum erhöhen. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine typische Implikation aus den klassischen Modellen und eventuell auch zumindest in der kurzen Frist aus den neoklassischen Modellen, dass Politikmaßnahmen, die dazu führen, dass mehr gespart wird, einen langfristig positiven Effekt auf das Wachstum in der Wirtschaft haben. Und das ist natürlich was, was die Keynesianer hier sehr skeptisch sehen würden, wo wir auch sehen, sozusagen die politische oder die Stellung gegenüber bestimmten wirtschaftspolitischen Maßnahmen hängt sehr stark davon ab, mit welcher Modellbrille man jetzt darauf blickt, auf das Problem, beziehungsweise wie man die Rahmenbedingungen einschätzt und dann zu dem Schluss kommt, okay, das Modell passt eher oder das andere Modell passt eher. Wenn Sie der Meinung sind, die Rahmenbedingungen sind so, dass das Solo-Modell eine bessere oder ein klassisches Conventional-Wage-Share-Modell eine bessere Beschreibung der aktuellen Situation da ist, dann wären Sie eben gegenüber Maßnahmen, die das Sparen fördern, eher positiv eingestellt. Wenn Sie sagen, wir befinden uns in einer Situation, wo die Auslastung sehr gering ist, wo die Keynesianischen Effekte relevant sind, dann würden Sie so eine Politikmaßnahme eher skeptisch betrachten. Und das ist jetzt auch ganz cool, weil jetzt sind wir nämlich schon an so einem Punkt angekommen, wo wir schon einige Modelle kennen, wo wir uns das auch viel besser vorstellen können, wie eben die Verwendung unterschiedlicher Modelle tatsächlich auch diese unterschiedlichen Implikationen mit sich bringen. Das zweite zentrale Ergebnis ist das sogenannte Kostenparadoxon. Auch hier nehmen wir als Ausgangspunkt quasi die gleiche Grafik, die wir uns vorher auch angeschaut haben. Diesmal ist der Ausgangspunkt allerdings ein bisschen anderer. Wir schauen uns einen Anstieg der Lohnquote an und das Ergebnis ist, dass ein Anstieg der Lohnquote die Auslastung erhöht und damit potenziell auch das Wachstum erhöht. Das ist natürlich erstmal unintuitiv, weil Kapitalistinnen einen Anstieg der Lohnquote zunächst mal als Kostenerhöhung betrachten, weil sie natürlich mehr an den Faktor Arbeit abdrücken müssen und wir ja gesagt haben, sozusagen, dass der Lohn ist das, was am Ende übrig bleibt, wenn die Kapitalisten sozusagen ihre Auszahlung bekommen haben und wenn eben der Teil des Lohns größer wird, dann muss damit einhergehen, dass die Kapitalisten weniger bekommen, sprich mehr bezahlen müssen. Das heißt, das ist jetzt auf den ersten Blick ein Paradoxon, dass man sagt, Anstieg der Lohnquote erhöht Auslastung und damit potenziell das Wachstum. Tja, der Grund liegt darin, dass höhere Löhne im keynesianischen Modell zwar die Profitquote senken, aber nicht notwendigerweise die Profitrate und dementsprechend auch nicht den Wachstum des Kapitalstocks. Warum? Wir müssen uns dazu die Gleichung nochmal genauer angucken. Wir schauen, wir haben hier die Gleichung für die Profitquote. Hier sehen wir, da sind die Löhne in der Gleichung drin, sprich die Löhne gehen hoch. Wenn die Löhne hochgehen, dann bedeutet das, dass die Profitquote sinkt. Wenn wir uns jetzt aber die Gleichung für das Gleichgewicht in der Profitrate anschauen, dann finden wir hier auf der Seite kein, tauchen die Löhne überhaupt nicht auf. Gleichzeitig, wenn wir uns jetzt aber anschauen, die Gleichung für die Auslastung, dann sehen wir, dass die Lohnquote, dass die hier im Buch zu finden ist. Sprich, wenn die sinkt, hier oben, dann impliziert das, dass hier die Auslastung größer wird. Und dadurch, dass die Auslastung größer ist, bedeutet das natürlich, dass wir hier auch Potenzial für höheres Wachstum haben. Auch hier wieder, der Effekt erklärt sich intuitiv aufgrund von der besonderen Struktur des keynesianischen Wachstumsmodells. Die Arbeiterinnen konsumieren per Definition ihr gesamtes Einkommen, die Kapitalistinnen nicht. Bedeutet, wenn jetzt über die Lohnquote umverteilt wird zugunsten der Arbeiterinnen, dann stärkt es prinzipiell die aggregierte Nachfrage, weil die ja alles konsumieren. Im Gegensatz zu den Kapitalistinnen, die auch noch sparen. Und das ist natürlich so ein Argument, was wir auch heute in der Wirtschaftspolitik ganz häufig von Keynesianern hören. Man muss irgendwie umverteilen zu den Personen, die eine höhere marginale Konsumquote haben. In diesem Modell sind es per Definition die Arbeiterinnen. Und wenn man umverteilt zugunsten von Leuten, die eine höhere Konsumneigung haben, dann erhöht es die aggregierte Nachfrage. Und wenn ich jetzt dann eben ein Wachstumsmodell zugrunde lege, wo Wachstum Demand Constraint ist, also die Nachfrageseite letztendlich beschränkt, wie stark das Wachstum sein kann. Und ich stärke dann die Nachfrageseite, dann stärke ich damit natürlich auch das Wachstum. Und dann ergibt sich daraus auch noch, dass man die erhöhte Nachfrage hat, hat man in diesem Modell auch noch keine negativen Effekte auf die Ersparnisse. Sprich, es ist so eine eierlegende Bäume, ich sau sozusagen. Aber wir sehen hier, wie eben auch dieses Denken im Keynesianischen Modell natürlich auch zu so einer typisch Keynesianischen Politik Empfehlung führen kann. Ja, und damit kommen wir zum letzten typischen Ergebnis von dem Keynesianischen Wachstumsmodell, definitiv den mit dem coolsten Namen, dem Widow's Cruise oder dem Krug der armen Witbe. Diesmal nehmen wir als Ausgangspunkt und Überlegung einen Anstieg in der Bereitschaft zu investieren, also einen Anstieg von diesen Animal Spirits, die durch den Parameter ETHER dargestellt wurden. Das fancy Ergebnis jetzt hier und da es die Parallele zu der Bibelgeschichte von der Frau, der in den Ölkrug nie leer geht, ist folgendes. In dem Moment, wo Entrepreneure mehr investieren, steigen die Profite und damit auch die Ersparnisse. Bedeutet, Investitionen setzen nicht notwendigerweise voraus, dass sich vorher jemand entscheidet, zu sparen. Das geht sehr stark in die Richtung Geldschöpfung, die jetzt auch in der monetären Makroökonomik, die ja auch so typisch Keynesianisch ist, ein ganz zentrales Thema ist. Diese ganze monetäre Makroökonomik mit Geldschöpfung etc. funktioniert aber nur unter bestimmten Umständen, genauso übrigens auch wie dieses Ergebnis hier nur unter bestimmten Umständen funktioniert. bestimmten institutionellen Umständen, wir brauchen nämlich dafür ein funktionierendes Finanzsystem mit Geldschöpfung. Wenn wir das nicht haben, dann funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, das zeigt jetzt auch nochmal, dass diese Modelle natürlich immer sehr stark in so einen institutionellen Rahmen eingebettet sind, aber nachdem dieses Modell entwickelt wurde, war das eigentlich immer der Fall. Deswegen vergisst man manchmal sozusagen diese institutionellen Vorbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit so ein Modell funktioniert. Aber schauen wir uns die Funktion nochmal ein bisschen im Detail an. Also wir gucken, nehmen jetzt hier wieder den uns bereits aus den Ergebnissen vorher bekannten Graphen und wir überlegen uns jetzt, okay, was passiert, wenn dieser Parameter Eta, was passiert, wenn der steigt. Hier haben wir den. Wir haben hier unser altes Gleichgewicht. Wenn dieser Parameter steigt, dann haben wir es hier mit einer größeren Steigung von dieser Funktion zu tun. Ich habe es jetzt hier dargestellt mit dem neuen Parameter Eta' wobei halt hier jetzt eben wie gesagt gilt Eta' ist größer als das Eta, mit dem wir gestartet sind. In dem Fall sehen wir sofort hier, dass wir es hier mit einem neuen Gleichgewicht zu tun haben und in dem Fall wir hier eine Steigerung der Profitquote sehen. Warum? Weil dieses Eta in der Gleichgewichtsgleichung für den Profit hier unten steht und wenn das kleiner wird, dann ergibt sich daraus eben auch insgesamt eine höhere Profitrate. Hier kleiner Fehler den werde ich dann in den Slides später noch korrigieren. Welchen Einfluss hat das Ganze auf die Auslastung in der Ökonomik? Die Auslastung müssen wir uns quasi hier die Gleichung anschauen. In dem Moment, wo die Profitquote hier steigt, steigt natürlich auch die Auslastung, weil die Profitquote hier eben im Zähler des Bruchs steht. Und zum Schluss auch hier, das sehen wir hier in der grafischen Analyse auch schon, wir haben es mit einer größeren Wachstum zu tun. Warum? Weil einfach hier durch die Gleichgewichtsbedingungen das Wachstum sich ergibt auch aus der Investitionsfunktion und hier die Steigung dieser Funktion angibt, sprich wir es insgesamt mit einer größeren Wachstumsrate zu tun haben, aber Achtung, potenziell Verhältnis von Etta und Beta beachten, damit die kentianische Stabilitätsbedingungen hier nicht gefährdet werden sollte. Auch hier sozusagen, dass sich die Investitionen selbst finanzieren über Ersparnissen, auch daraus folgen natürlich die klassischen typischen kentianischen Politik Implikationen, die sagen, wir müssen da jetzt hier die Investments sozusagen irgendwie boosten, die Leute sollen das eher machen, weil eben die Ersparnisse dann sich von selbst einstellen würden. Auch hier sehen wir wieder klar, unsere Positionen in solchen wirtschaftspolitischen Debatten hängen sehr stark davon ab, ob wir der Meinung sind, ob so ein Modell hier die angemessene Beschreibung einer Ökonomie zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellt. zu einem Untertitelung des ZDF, 2020